Moinsen Leute, in der Sikonze, let's play Mario Sunshine! Wir sind immer noch im Port Deoro. Ja, man sieht, ich habe leben gelassen, weil ich einfach inkompetent bin. Oder? Ich hatte auch eigentlich mehr Leben. Meine, ich beweist das schon. Wahrscheinlich bei diesem Blooper-Rennen. Ach, die Rückkehr von dem Ding. Ja, das ist easy, das ist kein Problem. Machen wir mal hier. Machen wir mal. Fruits, Früchte, Fruit of the Loom. Wollen wir mal wieder hin? Das Einzige, was wir jetzt verändern müssen, ist die Route. Wir sind ja schon hinten bei diesem Helikopter-Airport-Gedöns. Das Schild, der ist ein kleines, drecksverschmierte Ding. Aber, sag mal so, bis auf den Lageplatz hat sich da nicht wirklich viel verändert. Der ist immer noch genauso easy wie beim letzten Mal. Boah, die haben echt krass blaue Augen. Das ist die Frage. Ähm, ich glaube, ich spiele die Route da rüber. Das müsste eigentlich funktionieren. So, noch ein bisschen mehr hier hin. Und dann über das... Ja, da zieht schon noch so... Spring da bitte rüber. Äh, Balkon aus. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Treppenstufe, bla. Da wartet schon das Scheißvieh auf mich. Ach, guck mal, und da unten? Da war das dann jetzt... Ja, okay, gut. Es hat ein paar andere Tricks drauf, die mich aber jetzt nicht so wirklich vom Hocker hauen. Warum nimmst du die scheiß Kralle hier nicht? Danke. Er schleudert jetzt ein bisschen seine Arme und... Und dann schon wieder... Wer hat dir den Korken ins Maul gestoppelt? So, klar, das ist scheiß Kacklaune hart. Hätte ich auch. Weg damit. Oh, jetzt bist du Rechtshänder, wa? Schön. Zwei. Nimm mal einen. Nimm zwei. Also, für mich aus kann ich schnell den anderen nehmen. Oh, das ist schade. Das wäre jetzt natürlich toll gewesen. Bumm. Nehmen. Weg. Hier, mach keinen Müllmüll. Macht ein komisches... Quietsche. So, jetzt sollte es nämlich auf jeden Fall wehtun. Jetzt kotzt er mir natürlich wie gewohnt das ganze Spielfeld zu, weil... Warum? Soll man es auch anders machen? Ja, komm. Nochmal hier ein bisschen. Ich hatte noch nicht genug, das weiß er doch. Weg mit dem Arm. So. Weg mit dem Arm. Jetzt bist du Linkshänder. Guck mal, eben was Rechtshänder ist, jetzt bist du Linkshänder. So von mir aus gesehen. Vielleicht vertue ich mich auch mal wieder da. Aber das ist halt so, wie es ist. Sehr schön. Konntest du mir wieder die Pfüllchen aussuchen? Tentakel, Händchen, keine Ahnung. Such dir aus. Bombs. Schön. Weg damit. Komm. Schrei. Schrei meinen Namen. Geht. Das akzeptiere ich. Ach, in den Vulkan wäre echt schön, wenn man den da reinpackt. Ein riesen Kalamar. Man, das Wasser. Als ob das den stören würde. Kommt doch aus dem Wasser. Oder ist das ein Salzwasserfisch und ich bin in einem Süßwassergebiet? Ich glaube nicht, ne? Und andersherum kann ich es mir auch nicht vorstellen. Yeah. Hey. Insignia. Bravissimo. So gehört sich das. Siehste. Zack, zack. Level. Beendet. Ja, habe ich schon sehr oft gesehen. Das hat mich sehr oft nicht interessiert. Das ist leider so. Auch die Durchsagen jucken mich gerade nicht so. Porto de Oro rote Münzen Wasser Rallye. Oh fuck nein. Das ist scheiße. Stimmt. Das ist auch übelst kacke. Ich muss wieder auf einem Blooper. Ja. Und ich muss alle roten Münzen einsammeln. Und ich darf nicht von dem Scheißteil runter. Und ich meine, auch die Insignien muss ich mit dem Blooper einsammeln. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich hasse mein Leben. Oh. Das ist übrigens Le Schalter. Bestimmt. Warte mal. Noch mal ein Zeitlimit. Dieser rote Pickel. Sammle acht rote Münzen, ehe die Zeit abgelaufen ist. Viel Glück. Ja. Das Glück brauche ich. Oh fuck, Alter. Ha. Ha. Verdammt. Ha. Ach guck mal. Jetzt ist hier gerade kein Türchen. Ja, da habe ich mich jetzt gerade hier nicht mit Ruhm bekleckert. Oh. Ich kriege die goldenen. Aber die roten. Das ist nicht so meins. Aber wenn ich schon mal dabei bin. Ach, verdammt. Ich krieche gar nichts. Gar nichts kriecht die Sif. In der vorgegebenen Zeit. Ja, du bist lustig. Da. Nummer neu. Das ist bestimmt ziemlich einfach, aber wenn du so einen Zittrigen hast wie ich, ne? Dann nicht. Oh, dafür wird mir echt das scheiß Leben abgezogen. Oh, nee. Dann habe ich ja gleich Game Over. Boah. Bitte nicht. Blub, blub, blub. Ich war Porto de Oro schon immer. Gehaaast. Gehaaast. Was? Also ich wollte das... Wenn ich jetzt... Ich weiß nicht. Es ist eigentlich kein neues Spiel, ne? Wie weit darf ich denn spoilern? Ich bin ja die Queen auf Spoiler. Ich weiß nicht. Es ist eigentlich ein altes Spiel. Kann ich eigentlich nicht sagen, was ich will, ne? Scheiß drauf. Also ich mochte das Hotel super gerne. Ich mochte auch den Freizeitpark total gerne. Und dieses komische Oompa Loompa Dorf mit den Kettenhunden. Das fand ich auch richtig nice. Oh fuck. Schon wieder ne Münze versehen. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Wie sollte es denn auch anders sein? Jawoll. Die habe ich. Dann müsste ich jetzt hier am Boot entlang... Gehe ich nochmal... Kann ich hier zurück? Fuck. Jawoll. Aber jetzt habe ich das Problem. Ich muss hier irgendwie wenden. Hier vorne... Das ist schlecht. Das war jetzt gerade nicht so gut. Aber vielleicht habe ich die Möglichkeit... Nicht gegen den Pfosten! Hoah. Das war ne knappe Kiste. Verdammt. Komm jetzt. Alter, wie oft ich schon wieder um das Ding gepillert bin, ne? Das ist echt traurig. Das ist mehr als traurig. Oh. 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 Ich cut hier einfach mal so den Weg ab. Oh. Das wird jetzt die super engse... Boah. Geil. Jetzt kriege ich den Scheißchen, ne? Oh. Jetzt wieder hier irgendwie... Mh. Wird ich nicht schaffen. Und... Abwohl. Holy moly, ne? Okay. Woah. Da ist... Shit! Da wäre Nummer 7 gewesen. Und dann brauche ich Nummer 8 noch. Oh, komm. Das kann ich theoretisch... Nicht praktisch, aber theoretisch kann ich eigentlich schaffen, ne? Es ist zu schaffen. Es ist... Wenn man sich nicht anstellt wie so ein Aal. Wasch mir erstmal... Oh, fuck. Ne. Das sind Boote. Die Zeit wird immer weniger. Alles wird schneller. Musik bestimmt auch. Oder ich spiele es mir einfach ein. Nein! Ey, das kann nicht wahr sein. Wie soll ich denn dazwischen? Dann muss ich doch irgendwann dazwischen... Oh, ich schaff das in der Zeit nicht. Ich schaff das in der Scheiß-Zeit nicht. Ich schaff das in der Scheiß-Zeit nicht. Verdammt. Game over. Nein! Boah, fuck my life. Fuck my fucking life. Yeah! Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall speichern. Alter, das hat so oft gehakt. Das ging gar nicht. Ich spiele noch hier ein paar Minuten weiter. Weil ich vergessen habe, wie weit mein Timer war. Ich war frustriert. Meine Batterieleistung lässt nach... Ach, ist das wunderschön. Komm. Next Level. Ganz ehrlich. Ich saß ja bestimmt jetzt zwei Tage dran. Immer war irgendwie was von dem Grafik-Bug in Anführungsstrichen. Es hat geruckelt. Bis zum geht nicht mehr. Scheiße. Mario Morgana Landgang. Yeah. Es wird nicht besser mit dem Level. Es wird definitiv nicht besser. Wobei da ist einfach nur, ich spritze ihn an und er gibt mir nachher einen Stern. Basically. Weil ich auch so gut am Spritzen bin. Hallo. Hallo. Mario. Halt. Moment. So. Der ist oberhalb. Warte. 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 Teopraktika. Müsste ich ja jetzt. Aber ja. Ja. Wer sieht, ich kann nicht steuern. Bleib da, bleib da wie du bist. Guck mal, wie er so schön wartet. Hallo. Ich wollte schon sagen, ich muss ihn noch treffen. Ja, 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 ja. Schnute hier. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das ist ja easy peasy lemon saqueezy. Sagueezy hatte ich gesagt hier. Linguini. Guck mal, ich bleib hier einfach gechillt und er rennt. Der kleine Pena. Ha, siehste. Mein Wasser trifft dich. Hums. Mein Wasser. Wo ist denn der? Achtung. Ah. Nein. Gut, dass ich nicht bei der Feuerwehr arbeite. Also ich treffe ja gar nichts. Bei mir würden ja die Flammen gar nicht ausgehen. Ups. Nee, dafür mach ich lieber hier. Erstmal hier. Guck mal, schön. Schön auffreschen, ne? Das ist wichtig. Der kann da erstmal oben ein bisschen stehen. Da ist ja keine Bedrohung. Ja, hier. Ich finde jede Haltestelle Möglichkeit. Komm jetzt mal hier dann sch... Mario! Du sollst da nicht leiden. Guck mal, hier ist ein bisschen... Ich will das so... Genau, so einen schönen Saldomast. Bums. Und dann nach oben. Na, ich muss ja wieder drauf. Guten Tag, guten Tag, Herr Kapitän. Ja, ja, ich werd nicht müßig, Polizei. Bums. Weil bei der Steuerung muss mich echt noch ein bisschen mehr beschäftigen. Komm mit dem Scheiß spritzen. Eigentlich müsste man dann hinterherlaufen und... Squeezen, aber... Ja... Oh! Pfff! Hab ich jetzt auch nicht so den Erfolg da drin, ne? Komm, komm, komm. Siehste ja, ich spritze einmal, vielleicht treffe ich... Ah! Aber sonst... Nicht so oft. Aufwendig anscheinend. Genau. Vor dem Stil. Fuck. Gut. Das macht Spaß. Sie sehen hier einen Pro-Gamer. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Dann nehmen wir mal den Lift, Lift, Lift sie ab und so. Halt. Jo. Geh mal wieder nach ganz oben. Dat is er hier, easy. Komm. GZ und so. Er soll vielleicht nicht hier rumblödeln, sonst falle ich wieder. Ja, ich höre deine Musik, Mann. Ich hab mich fast erschrocken. Deine kleine Bossmusik. Willst du meine Bossmusik mal hören? Wo ist denn der Penner? Ah, ich hab vergessen, wo der ist. Ist der ganz oben? Ich höre dir-dim-dim. Dir-dim-dim. Ist doch eigentlich hier Tunnelmusik, oder nicht? So, ich geh jetzt mal nach ganz oben, weil dann hab ich doch den besten Ausblick. So, wo läuft jetzt hier so ein kleiner Schatten-Mario rum? Ich bin voll lost gerade. Ach, da unten! Ja, easy. Alles Gute kommt von oben, ne? Bombe Voyage und so. Hallo! Kannst du vielleicht mal so sprühen, dass ich auch mal gucken kann? Ach, fuck my life. Komm, dann müssen wir mal runter. Ist doch blöd. Ich müsste ihn ja eigentlich nur ins Wasser drängen. Also bei meinem Glück. Dein fucking Ernst. Geht doch. Ach. Da komm ich nicht drumherum. Ich glaub, macht wirklich mehr Sinn da so zu laufen. Ah! Hallo, hoch mit dir. Ja komm, jetzt sei doch einfach tot. Komm schon. Komm schon. Ich sprühe... Du hast es gesehen. Ich sprühe auf ihn, aber... Nö, ist nicht, ne? Da. Lack Eis in der Sunshine. Ich treff den nicht. Willst du mich verarschen? Bleh. Ja, hier. Waha! Geh mal weg. Dein fucking Ernst. Guck mal, ich kann auch von oben hier sprühen. Und ich treffe ihn nicht. Pfff. Ah! Vielleicht hat der Lord Raven ja Lust, eine Fail-Compilation zu machen. Bitte nicht. Also ich glaub, du würdest in jeder Folge mindestens einen Fail. Mindestens finden. Wobei ich die schon zu meinem Vorteil schneide. Oh ne. Wo ist denn jetzt der kleine Mini-Klempner? Da ist da der Wannabe-Klempner. Hier, ich komm mal her. Mario! Hier kommt der echte Original. Von Leerdammer. Verdammt. Kommst du wieder runter? Ich muss was wissen, weil ich dich ansprühen muss. Nee, ey. Vor allem, Alter, da hast du eine Woche nicht gespielt. Und schon müssen wir wieder komplett raus. Nein, Timer. Timer, jetzt ist Abfuck-Zeit. Ich muss noch die Abfuck-Premie, a.k.a. Mario hier rausholen. Komm schon. Ernsthaft, ey. Das muss ich echt hinlatschen. Leck mich doch. Hallo! Ich stand direkt vor ihm. Komm. Ey, das gibt's doch. Ist meine Pumpe zu hoch eingestellt? Ja, jetzt liegt er da. Komm, ey. Du blöde Fu- Fuck! Hochschnell! Ich will jetzt einfach nur die Insignie. Ha, das vergesse ich nicht, ja. Ich auch nicht. Das Tänzchen hier war scheiße. Ich hätte würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spieß und wey! Auf Wiedersehen.